Ok, so, da kommt die Aufzeichnung. So, wir müssen jetzt diesen Punkt finden. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass... Echt, da die Milch ist. Echt, da der Bergecht. Ähm, stimmt nicht, da steht etwas. Das ist etwas drauf, was sieht so aus, wenn es da sein könnte. Weil auf der Map haben wir jetzt kein passendes Gebiet gesehen. Oh, da ist ein Feuer. Oh, da ist ein Feuer. Komm, da sind wir noch nicht so viele andere. Hacksle, da hat er. Ersetzen. Komm ein bisschen näher. Nice. What do you think, cutie? Komm, das hier wieder abwärtsen. Merci. Gut. Hey, hey. Das ist ein Affili. Gut. Sorry. Okay. Okay, da muss man irgendwie die richtige Kombination finden. Da gibt es sicher irgendwie auch noch einen Hinweis dazu. Okay. 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 So, in Alia, however. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe das. 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 Das war's für heute. Ich habe das. Das war's für heute. Es ist richtig. Ich habe das. Ich habe das. Das ist ein Klassiker. Wir haben es geschafft und hier oben noch so ein Geo-Ding, unbekannte Geoculus und kein schnitzgelchen Gut dann schauen wir mal, ich kann natürlich noch mal zu dem schweben, um das zu aktivieren Raussicht geniessen Das ist aber nicht der, der da oben ist auf der Höhe, der Luft schwebt Ähm Wie weit ist das echt? Auch recht weit über die Berge und alles dran wieder Wir müssen es eigentlich nicht gehen, man könnte dort runter schweben, ja dort ist er Die noche ist auf der Höhe, der dort über die Hüteflüge und Muito mucho Wir müssen in der Höheflüge und alle über die Hüteflüge, die wir in der Höheflüge nicht Die Hüteflüge ist, die wir unter den Höheflüge und die Hüteflüge und auch die Hüteflüge Ich fühle mich wie zu gehen. Nice, jetzt haben wir es. Gesicht zur Kamera. Okay, gut. Also, wir schweben hier runter. Ah, schon mehr im Gesicht. Neues, AT522. 22, nochmal. Hopp, nicht allein. Nice. Und es steht da draußen. Achso, da. Es wird auch ein... Da steht der Map. Ja, es ist auf dem Gipfel, aber... Und es könnte sein, dass es dort in der Luft ist. Also nicht wirklich erreichbar. Ausser, man segelt vom Gipfel. Komm, diese Schatztruhe geben wir uns noch. Ein Minzling. Ah, haben sich da noch ein paar Mocker realisiert. Einigen braucht Hilfe. Ich bin becado Fine. Ich bin Sinn. Ich bin Sinn. Ich bin Sinn. Ich bin Sinn. Dich habe ich nicht gemacht. Ich bin Sinn. Da läuft einfach so ein Viechen umgekehrt. Ich denke, wir gehen gleich mal nach Lewy. Gehen schauen, was da so los ist. Fangen wir zur Abenteuer-Gilde. So, zur Abenteuer-Gilde. Dort haben wir ja noch unsere Figur-Ingesetzt, damit wir uns hier etwas suchen können. Dann können wir dann auch gleich hier die Aufgabe machen. Upp, legen. Gibt es halt dauer. Ah, wir haben jetzt alle wieder aufgeladen. Ich könnte hier voll abgehen. Len, hey Len. I'm missing some connectivity. Ich bin diese Hübe. Ich muss mich daran von vorne aus. Ich bin natürlich nicht auf der Abenteuer-Gilde. Ich bin so ein, dass ich wieder erlebe. Ich bin so eine gute Ausbildung. Und wenn ich hier einmal. Ich bin so ein, das ist eher gerade in der Abenteuer-Gilde. Verfolgen hier. 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 Die Baru-Bemi Ich kann mich vermitteln, ich kann mich vermitteln, ich kann mich vermitteln. Macht mir das zu klein. Zum Glück haben wir die freigeschaltet, das ist wirklich gut. Wir brauchen es jetzt zum dritten Mal in der kürzesten Zeit. Also in den zwei, drei Folgen jetzt. Immer wieder, wenn man sie braucht. Immer wieder. Alle, alle Monster gerade. Aha. Das sind die. Das sind auch die Kurlen. Das sind die Kurlen. Das sind die Kurlen. Das sind die Kurlen. Das sind die Kurlen. Was ist das? Es wird viel Zeit, hm? Oh ho ho, das ist ja gut richtig. Oh nein! Ja, geht's, Barber, geht's! Ja, geht's! Oh, oh! Mannes! Die fucking Schaft! Ah, verdammt, das falsch war! M natürlich steht da drin. So, eine Mission erledigt. Information. Ja, ich habe ein bisschen besiegt. Ja, ah, mag niemand gehen? Hätte ich etwas gefunden können? Was haben wir noch? Und macht es einen Unterschied, mit wem ich das Ding mache? Die Mission. Ähm, zwei Hützfenzen? Ah nein, ja, das haben wir schon gesehen. Ähm, was sollen wir jetzt noch machen? Weil, genau, für Sie zum Aufstiegen, was soll ich das Ding machen? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Was? 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 Ja, das stimmt. Siegen, AS schon. Siegen. Ok, also sie habe ich gekriegt, aber ich weiss nicht ob ich sie zu bekommen habe. Ich meine, ich habe sie schon, sie ist ein 4-Sterne-Charakter, sie hat einen 5-Sterne-Charakter, sie auch, aber sie ist Wasser, ich habe schon eine mit Wasser, gut, Feuer habe ich auch schon eine. Neulingsgebiet, sie habe ich gekriegt, ich muss es nicht nehmen später. Waffenaktionsgebiet. Neulingsgebiet. 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 Und dann müssen wir diese wieder leveln haben. Ha, ok. Also eben sie haben wir ja, da müssen wir nicht noch beten gehen. Noch eine. Es ist ja 4 Sterne. Ok. Aber so eine andere Waffe. Es ist fast wie die andere. Die 4 Ding. Die limitierte. Aber genau, zumindest hätten wir... Ist das hier? Nein. Das Bulgekächt. Jawohl, Kopfgeld. Eine Emo. Den haben wir schon mal besiegt. Recht krass noch gesehen. Den haben wir noch nie besiegt. Das war zuhörig. Geohyperstase. Ah, jetzt sind auch alle das Level höher. Sicher. Die letzte ist wel 36 gewesen. Feuer. Hydro. Ok, die können wir ja noch gar nicht machen. Ok, an die Eten. Ok, an die Eten. Hm. Ja. Ja. Die Eten. Auch. Schleimh Schlaimh Ich bin ein Schleimh 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 BAM! 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 Das war's für heute. und Staub von Azot. Sternenstaub zu verstehen. Es ist jetzt die Frage, wie man diesen Staub kriegt. Theoretisch könnte man es so eine Art umwandeln. Die Frage ist nochmal Sternenstaub, was Sternenstaub ist. Ich habe noch einen Alchemist gefragt. Okay, und da eine Nummer wäre. Ich habe es noch einen Moment. Food haben wir da Ich muss morgen in den Mondstadt schauen Oh, ich kann das Wasser bekommen Nach Firmora Krampfen Okay, let's see. Haha, let's nicht. Okay, let's go. 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 Jetzt ist die Frage, wie fest es sich elementar kunde auswirkt. Ah. Null. Also mit dem könnten wir halt Leute besser ablöschen, indem wir mehr elementar kunde haben. Ich fasse das mal zum testen. Weisst du was, dann gehen wir mal auf Mondstadt. Im Jungdorf. Den Köp müssen wir gar nicht. Bis zum nächsten Mal. BAM! Wann kommen wir zusammen unten? Staub Wirf Gold und Selber über mich Aufstehen Abwechern Sie erhalten Ihre Jäullen Entschuldigung Wirf Gold 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 Das war's für heute. Haben wir noch etwas gekriegt? Oh, es sterbt von Apfel. Mh mh. Eintauschen. Ah, easy. Das ist ja chillig. Ah, jetzt kann man einfach helfen. Jetzt wird das so gländliche Hör. Das wird schon geil. Aha. Aufläuft. Und funktioniert das wie bei Israel auch unendlich. Also so habe ich es einmal gesehen, dass die fast unendlich fliegen kann. Das ist ja so gut. 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 Was ist das? Ah, das ist nicht so, was du willst. Und ich habe das schon gesagt, ich habe das schon gesagt, ich habe das schon gesagt. Ja. Timm, ich hab einfach die direkt vor Timmys Auge gemacht. Jetzt nehme ich die Tanker ab, weil sie auch kleiner ist und die Kleineren nützen ironischerweise eher längsämmer sind eher die Tanks und die Kleineren sind eher längsämmer. Das scheint im Wasser so ein Kampf möglich zu sein, heisst nicht ob der jetzt so Zeit und kommt. Okay. Let's go in the rain for too long, you'll catch a cold. Okay. Okay. Nicht zu fack. Okay. 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 Wir gehen in Drogenkansen. Ich habe das noch mal einen Reckeneffekt gesehen. Okay, was ich sagen. Das ist das schönste. Was ist das? Das ist schon geil Jetzt schaue ich ihn nicht mal so hellig vor. Das ist schon geil. Ich habe einen Schrauben, der in der Zeit, die ich nicht schlau. Ich habe ihn nicht so, aber ich habe ihn nicht. Ich habe einen Schrauben, einen Schrauben. Ich habe einen Schrauben. Ah, die andere mit dem Breitschwerter ist aber schon auch noch geil, also beide Waffen sind halt geil, aber wir haben halt keinen Alternativcharakter, wo eine von diesen Waffen beherrscht. Jetzt schippen wir da einen, wo aerial-damage so zicke macht. Also. Oh, noch keine Luftgeraged. Oh, fuck. Oh. Das war's für heute. Es ist aber nachher kein App de facto auf sich. Es ist doch wieder richtig behindert. Die Rune kann ich nicht probieren. Das war's für heute. 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 Oh Gott, da hat sie vorhin gekettet, also 1-2 Schläge und sie ist auch da gewesen. Ich bin schon mit unserem Level 1 angeklatscht. Oh, ja, ja, ja. Wie kommt's? Wir haben ihn schon mit unserem Level 1 angeklatscht. Ah, er macht so viel damage mit dem Stag, aber die besten Figuren hier, den Hücheren heilen wir natürlich. Nice. What? Wie haben wir gerade gesagt, dass wir mit dem Wassersplitter, haben wir uns das gerade gekauft gehabt. Wie haben wir uns das gekauft gehabt? Wir könnten voll aufsteigen. 20'000. Nein, also. Machen wir aber nachher. Maschinen. Sperr. Sperr. Pfeifen. Ansonsten. Ansonsten.